So, ich wollte mal hier meine ersten Chilis essen und ich wollte es mir auch nicht nehmen lassen, die ersten Chilis selbst zu probieren. Die kleinen, gemeinen. Ich weiß nicht, was das für eine Sorte ist, ich habe die aus einer Packung aus dem Supermarkt selbst angezüchtet, probieren wir mal. Was haben Sie essen? Scheiße, die waren dann. Ich habe den Schaaf. Ich habe den Schaaf. Ich habe einen Schaaf. Ich habe den Schaaf. Vielleicht kennt ja einer die Sorte, kann mir den Namen posten. Sorte, Sorte. Das ist jetzt so, als wenn ich die glühende Zigarette auf der Zunge hätte. Also auf der Zunge geht es gar nicht. Ja, gut, viel Spaß beim Chilianbau.